Was spricht für IT-Mitte? Warum sind Sie dabei? Welcher Gedanke überzeugt Sie am meisten? Von IT-Mitte erhoffen wir uns qualifizierte Bewerberprofile. Wir finden den Gedanken sehr gut. Der Community, der Mehrfachnennung von den Bewerbungen bei suchenden Unternehmen hier in Leipzig, UNISTER ist sicherlich eines davon. Wir empfehlen IT-Mitte den suchenden Unternehmen hier im Umkreis, weil wir glauben, dass wir die Region Leipzig und Umgebung hier als attraktiven Standort weiter verbessern wollen und IT-Mitte kann sicherlich da einen entscheidenden Beitrag dazu leisten. Bis zum nächsten Mal.